Das Sonnensystem Die Sonne ist der Stern im Zentrum des Sonnensystems. Sie ist eine riesige, rotierende und glühende Kugel aus heißen Gasen. Die Sonne ist die Quelle der Sonnenenergie. Welche Planet ist das? Merkur Welcher Planet ist das? Venus Welche Planet ist das? Erde Welche Planet ist das? Mars Welcher Planet ist das? Jupiter Welche Planet ist das? Saturn Welche Planet ist das? Uran Welche Planet ist das? Uran Welche Planet ist das? Neptun Sonne Merkur Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Danke fürs Zuschauen! Abonniert unseren Kanal! Wie viele Objekte sind hier? Sieben! Sieben Objekte! Wie viele Objekte sind hier? Neun! Neun Objekte! Ja! Wie viele Objekte sind hier? Vier! Vier Objekte! Ja! Wie viele Objekte sind hier? Zehn! Zehn Objekte! Ja! Wie viele Objekte sind hier? Ja! Ein Objekt! Ja! Wie viele Objekte sind hier? Sechs! Sechs Objekte! Ja! Wie viele Objekte sind hier? Ja! Acht! Acht Objekte! Acht Objekte! Wie viele Objekte sind hier? Zwei! Zwei! Zwei Objekte! Zwei Objekte! Zwei Objekte! Wie viele Objekte sind hier? Zwei Objekte! Zwei Objekte! Wie viele Objekte sind hier? Drei! Drei Objekte! Danke fürs Zuschauen! Abonniert unseren Kanal! Bis zum nächsten Mal!